Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Recht spontan, ich war gerade bei Rossmann und habe eine neue Limited Edition gefunden. Die With Pleasure LE von Rivalde Loop. Und die sieht ziemlich spannend aus und gibt mir so ein paar Jupe Vibes. Deswegen würde ich vorschlagen, verlieren wir gar keine Zeit und hüpfen auch direkt ins Make-up rein. Denn die Produkte, die hier sind, könnten vielleicht für die ein oder andere Günsten aus von euch sehr, sehr spannend sein, wenn ihr euch für andere Produkte aus dem High-End-Bereich interessiert. Ihr aber sagt, na, ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu teuer. Ich bin hier, um die Sachen für euch zu testen, damit ihr euer Geld sparen könnt. Ich habe alle Produkte außer die Nagellacke gekauft und würde vorschlagen, wir starten. Falls ihr hier neu seid und meinen Kanal noch nicht kennt, hi, ich bin Maxim. Ich mache drei YouTube-Videos die Woche hier rund ums Thema Drogerie-Make-up. Unter anderem natürlich auch Drogerie-Dubes und Drogerie-Limited-Editions. Und heute starten wir auch direkt mit dem ersten Produkt. Das sind die With Pleasure Drops. Das soll ein Primer sein, ein Serum-Primer, der mit Algen, Extrakt und Meerwasser überzeugt. Als Grundierung verlängert die Textur die Haltbarkeit des Make-ups, ohne sich dabei schwer anzufüllen. Anwendung. Tragen Sie das Produkt auf die gereinigte Gesichterzeit auf. Die Produkte können als Pflege oder als Make-up-Base verwendet werden. So sieht das Ganze aus. Das erinnert mich sehr, sehr stark auch von der Farbe der Drops. Das ist so irrisierend. Also wir haben rosa, wir haben blau, wir haben gold. So ein bisschen shiftend wie diese Palette. Kommt in der Kamera wahrscheinlich gar nicht so gut rüber. 29ml sind mit drin und die Preise von Rival Loves Me sind wirklich günstig. Das Ganze kommt mit einer Glaspipette und in einem Glasflakon und sieht auf der Hand so ein bisschen aus wie Einhorn-Tränen. Wir probieren es aus. Ich hole euch gleich mal ein Stückchen heran. Ich trage mir das Ganze erstmal mit den Fingern auf. Es hat einen leichten Duft. Es riecht so ein bisschen berig. Es riecht jetzt nicht nach Algen oder so. Da war ich so ein bisschen skeptisch, als ich das gelesen habe. Den Meeresgeruch nicht so gerne mag. Ich mag aber die Ingredients aus dem Mehl sehr gerne. Ich trinke im Moment zum Beispiel jeden Tag, mache ich gerade so eine Kur mit Spirulina. Sieht eklig aus, schmeckt auch nicht so geil. Wir kennen das Prinzip, ne? Wenn es schön macht. Fühlt sich tatsächlich sehr, sehr weich auf der Haut an. So ein bisschen erinnert mich das Ganze an die Fasali Beauty Drops. Die haben ja auch so verschiedene Drops vor einigen Jahren rausgebracht. Das hinterlässt jetzt auch nicht so einen krassen Schein wie gedacht, bin ich ehrlich. Ich dachte, dass es wirklich so ein glitzeriger Primer ist. Fühlt sich jetzt aber sehr, sehr gut an. Ich muss sagen, ich mag den Geruch sehr gerne. Der ist ganz leicht, so ein bisschen erfrischend, ein bisschen gurkig und ein bisschen blumig. So eine Mischung, eine gute Mischung. Haut fühlt sich sehr, sehr gut an. Zieht auch super schnell weg und hinterlässt dann auf der Haut so ein leicht klebriges Gefühl. Wir schauen mal, wie sich die Foundation darüber verhält. Ich benutze jetzt, was benutze ich denn jetzt hier, benutze jetzt einfach das, was hier liegt. Und arbeite mir das Ganze erstmal mit einem Brush ein. Und wir schauen mal, ob wir einen Unterschied sehen. Ich bin ein großer, großer Fan von den Limited Editions. Und ich bin auch für euch immer so ein bisschen, ich freue mich immer für euch, weil ich weiß, dass bei Rival Deloupe und Rival Loves Me das Prinzip so ist. Wenn es Produkte in LEs gibt, die ganz besonders gerne gekauft werden oder die wirklich sehr, sehr gute Resonanz erzeugen, dann ist das ein Produkt, was gerne mal ins Standardsortiment im nächsten Jahr kommt. Und wenn wir hier Produkte drin haben, die wirklich gut sind, why not? Foundation lässt sich sehr, 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 sehr gut auf meinem Gesicht auftragen. Ich mag die Foundation auch gerne. Das ist tatsächlich die La Mer Foundation. Foundation, ich suche gerade ganz explizit auch nach dem Dupe dafür. Ich habe immer noch keins gefunden. Ich mag sie tatsächlich aber auch vermutlich nur so gerne, weil die Farbe perfekt passt und ich dann nicht da mit Concealer und so viel drumherum machen muss. Die Drops haben mir sehr gut gefallen. Also es lässt sich alles sehr gut auftragen. Und der Duft ist jetzt auch so ein bisschen verflogen. Also ich kann ihn jetzt nicht mehr wahrnehmen und kann damit sagen, könnte das vielleicht was für euch sein. Ich kann natürlich jetzt nicht bewerten, ob die Drops die Foundation länger haltbar machen. Ich finde aber, dass man mit solchen Drops einfach immer eine schöne Grundlage hat. Und ein Vorteil, ich bin immer so ein bisschen skeptisch bei Primern gewesen, aber ich habe den Vorteil mittlerweile verstanden. Selbst wenn es Make-Up länger haltbar wird, es geht darum, dass die Haut mit Feuchtigkeit versorgt. Und wenn ihr eine trockene Haut habt, da wird Make-Up nie schön drüber aussehen. Und hier fühle ich mich gut. Das Ganze hat sich schön einblenden lassen und sieht nicht zugekleistert aus. Das ist ganz, ganz wichtig bei Primern. Es gibt ja auch so Primer, die hinterlassen dann wirklich so ein glitzeriges Finish auf der Haut. Und da muss man sehr viel Foundation rübergeben, dass man sie nicht mehr sieht. Hier haben wir das aber gar nicht. Tatsache habe ich noch ein weiteres Produkt in der Drogerie gefunden, wo ich gedacht habe, wir packen es jetzt hier einfach mal mit rein. Von Max Factor, der Miracle Pure Concealer. 24 Stunden Hydration. Ist vegan und hat Vitamin C und Hyaluronsäure mit drin. Ihr kennt ja, habe ich sie hier stehen? Ihr kennt ja die Miracle Pure Foundation. Die mag ich sehr, 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 sehr gerne für den Alltag. Den Concealer kenne ich tatsächlich noch nicht. Der ist auch neu. Farbe hatte ich jetzt hier die 06. Das war die dunkelste auf dem Aufsteller. Ich kenne Max Factor ja aber mittlerweile recht gut und weiß, dass da auch wieder dann was rauskommt. Wir tragen uns den jetzt einfach mal auf. Ich dachte, komm, wenn wir schon dabei sind, ein ganzes Video zu dem Concealer. Also, wenn ihr wollt, mache ich das. Aber ich glaube, das interessiert dann niemanden. Während der so ein bisschen antrocknet, um so ein bisschen warm zu werden, mache ich einmal meine Base so ein bisschen im Schnelldurchlauf. Ich benutze jetzt hier einen Cream Bronzer und gehe hier einfach so ein bisschen lang, um mein Gesicht aufzuwärmen. All right, wir blenden das Ganze mal mit einem Beauty-Sponge aus. Ich habe mir gedacht, dass der vielleicht nicht ganz so eine hohe Deckkraft hat. Sieht jetzt aber auf den ersten Eindruck. Tatsache gar nicht so schlecht aus. Was ich sofort sehe, ist, dass der reflektiert. Also, ich sehe jetzt, wartet mal. Ja, also der hat zwar keine Glitzerpartikel mit drin, ist aber so ein bisschen wet. Also, der ist kein matter Concealer. Dennoch könnte der vielleicht so ein bisschen in die Fältchen kriechen. Das schauen wir uns gleich mal an. Hat aber eine wirklich gute Deckkraft, muss ich sagen. Ich hätte ihn vielleicht doch noch mal in der Farbe heller nehmen sollen. First Impression, gefällt mir gut. Ich fixiere das Ganze mit einer leichten Schichtpuder. Ich möchte gar nicht so viel benutzen. Und muss sagen, mir gefällt die Base mit dem Primer, auch jetzt mit dem Concealer. Sehr gut. Ich bin überrascht vom Concealer, Tatsache. Hätte ich jetzt damit nicht gerechnet. Ich muss sie mir natürlich noch ein bisschen genauer anschauen. Aber that's it. I like it. Picasso. Wir haben noch einen Highlighter. Und ich hatte euch ein Video gedreht mit Drogerie-Neuheiten. Das habt ihr, glaube ich, noch nicht gesehen. Das seht ihr erst mal am Freitag. Das ist der With Pleasure Highlighter. Und ich hatte in dem Video erwähnt, ihr werdet es Freitag sehen, dass das auf dem Bild ganz, ganz komisch aussieht. Also auch wenn ihr das hier so seht, das sieht so ein bisschen unordentlich aus, wenn man raufguckt. Und wenn man die Verpackung aufmacht, dann erkennt ihr, dass der dreidimensional ist. Also der sieht so ein bisschen gebacken aus. Doch ist es tatsächlich. Die leichte Formel des Baked Highlighters. Der ist gebacken, ist demnach ein bisschen erhaben, hat dann aber auch noch so ein Prisma-Relief. Und auch noch mal diese durchgezogenen Linien. Die könnt ihr, glaube ich, sehr, sehr schlecht in der Kamera erkennen. Ich habe ihn schon mal geswatcht und der ist heavy. Also eine leichte Hand. Ich gehe ganz leicht hier in den Pinsel rein und trage mir den auf. Der ist auch auf der Haut nicht zu rosa. Man braucht nicht viel. Also ich kann mir den fast schöner vorstellen als Inner Corner Highlight oder so ein bisschen als All Over Glow. Der ist aber jetzt nicht fein glitzerig. Also der hat schon ein paar Glitzerpigmente hier mit drin. Denn die muss man sehen, die muss man wahrnehmen. Finde ich jetzt nicht schlecht. Er fühlt sich sehr, 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 sehr weich an. Und ihr seht es auch auf meiner Hand, wenn ich ihn einmal für euch swatche. Der ist extrem pigmentiert. Also das ist kein zarter Highlighter. Das ist kein, ich möchte nicht, dass man sieht, dass ich nichts trage. Das musst du mögen. Ich mag das tatsächlich gerne, wenn man ihn leicht aufbaut, so wie ich. Also nur zarter, dass man so einen kleinen Touch an Farbe sieht. Jetzt, Freunde, wird es spannend. Wir haben nämlich eine Lidschattenpalette. Und ich zeige sie euch einmal. Das ist die With Pleasure Eyeshadow Palette. Wir haben hier 17 aufeinander abgestimmte Farben. Und ihr könnt das Packaging auch schon sehen. Na, uh, es passt perfekt zum Hintergrund. Das ist so ein bisschen irisierend. Also das gibt euch so ein, so ein bisschen erinnert mich es an die Boutique Palette von außen. Von innen sieht es aber wirklich aus wie die Huda Beauty Desert Rose Desert Dusk Palette. Ich blende sie euch hier einmal ein, welche ich meine. Ich schaue mir jetzt mal die Performance der Palette mit euch hier in diesem Video an. Und dann kann ich euch entweder bei Instagram oder bei YouTube, bei Instagram oder TikTok, nochmal so ein kleines Dupe Video dazu machen. Ein 1 zu 1 Vergleich vielleicht gegen Huda Beauty. Sieht sehr, sehr schön aus. Wir haben verschiedene Texturen. Und ihr könnt es, glaube ich, in der Kamera auch sehr gut erkennen. Wir haben natürlich matte Farben. Wir haben Schimmerfarben. Und wir haben diese Gespekten. Also da sind dann so verschiedene Farbsprengler noch drin. Hier zum Beispiel ist noch ein bisschen Blau und Rosa mit drin. Hier auch. Hier ist es eher ein Gold. Und dann haben wir diese Glittershades. Die persönlich mag ich nicht so gerne auf den Augen. Eher im Gesicht ist das was. An den Augen ist es mir einfach immer viel zu aufwendig, die wieder abzumachen. Aber wir haben eine Vielzahl an verschiedenen Texturen. Und das ist erstmal für den Preis gar nicht schlecht. Wir starten mit einem Transition Shade Ton. Ich gehe da jetzt einfach mal hier in diese Farbe rein, oder? Die sieht sehr schön aus. Ist so ein bisschen rosé. Und die setze ich mir hier komplett in die Lidfalter. Oh ja, da kommt aber schon ein bisschen was ab. Sieht auf dem Auge tatsächlich ein bisschen pinker aus. Jetzt wenn ich in den Bildschirm hier gucke. Ich passe ja am Ende immer noch mal so ein bisschen die Farben an, dass ihr seht, wie es ungefähr aussehen soll. In echt. Warte mal. Ich brauche einen Weißabgleich. Kamera, das ist weiß. Muss ich dann anklicken. Und dann solltet ihr jetzt eigentlich die richtige Farbe erkennen. Das ist natürlich jetzt auch ein Blendepinsel. Ich sage euch immer wieder, ihr müsst immer so ein bisschen schauen, wie ihr die Produkte auftragt. Also, man, ich bin ja kein Freund davon, Produkte wirklich zu bashen. Das wisst ihr mittlerweile. Weil ich probiere immer irgendwie einen Weg zu finden, dass die Produkte auch funktionieren. Ich meine, ich habe die ja auch gekauft. Also, die habe ich ja jetzt nicht zugeschickt bekommen oder geschenkt bekommen oder was weiß ich. Sondern ich probiere dann auch wirklich das meiste dafür rauszuholen. Aber ihr seht ja, kann man damit was machen oder nicht. Die Farbe sieht wirklich gar nicht schlecht aus. Ist recht pinky. Wir werden das Ganze jetzt mal so ein bisschen verdunkeln. Und zwar mit dieser Farbe hier. Die ist ein bisschen dunkler. Und die setze ich mir jetzt einfach in die Lidfalt rein. Und arbeite mich jetzt von der hellsten Farbe immer zur dunkelsten. Und blendet dann immer wieder aus. Wir machen heute mal einen klassischen Look. Also eine klassische Cutcrease. Auch die Farbe kann man erkennen. Die ist ein bisschen kühler, ein bisschen dunkler als die vorangegangene. Das ist eine schöne Palette. Also auch von der Farbaufteilung ist es mal was anderes, dass es halt nicht nur braun ist. Und nice. Wir machen direkt weiter mit dieser Farbe hier unten. Ihr habt natürlich auch braune Farben drin. Also so klassische Transition Shade und Contouring Shades, die man bestimmt gut benutzen kann. Und damit verdunkele ich mir jetzt einfach noch weiter die Crease. Und auch die sieht man nicht so doll. Deswegen gehe ich hier noch so ein bisschen in das Braun, um sie so ein bisschen zu verdunkeln. Aber habe erst mal drei Farben, die man auch einzeln gut tragen könnte. Ich hätte mir vielleicht noch eine noch dunklere gewünscht da drin anstelle. Weiß ich nicht. Ach nee, wartet mal. Oh nein. Doch. Ha. Das ist ja verrückt. Das ist nämlich ein Concealer. Das ist ein Concealer. Seht ihr das? Das ist ein Creme-Produkt. Also hast du entweder eine Lidschatten-Base, Duochrome Palmud, integrierte Eyeshadow-Base. Verstärkt die Intensität der Lidschatten. Ha. Hätte ich vorher sehen müssen, aber das probieren wir gleich mal aus in der Cut-Crease. Also ihr seht, ne? Das ist schon so ein bisschen an die Huda Beauty-Palette angelehnt. Finde ich jetzt aber nicht so schlimm, weil die Huda Beauty-Palette ist ja jetzt auch nicht erst gestern rausgekommen. Dann ist schon ein paar Tage auf dem Markt. Mir gefällt die Palette bis jetzt aber sehr, sehr gut. Wie gesagt, eine dunklere Farbe wäre vielleicht ganz nett. Ist jetzt nicht drin, deswegen alles gut. So könnt ihr das ein bisschen besser erkennen. So sieht der einmal auf dem Pinsel aus und ich setze mir den jetzt einfach mal hier rauf. Der hat natürlich nicht so eine Deckkraft wie ein richtiger Concealer, aber er gibt schon so eine Sticky Base. Ja, also er trennt doch verhältnismäßig gut. Ich kann mir den tatsächlich wirklich sehr gut als Lidschatten-Primer vorstellen, weil er nicht so deckend ist, ne? Und nur so ein bisschen die Äderchen wahrscheinlich kaschiert. Aber vielleicht sollte das wirklich so ein Standardding in den Paletten sein, dass da gleich ein Lidschatten-Primer mit integriert ist. Wie findet ihr sowas eigentlich? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Weil ich glaube, wenn man unterwegs ist und dann schon ein Pfändchen, also klar, bei einer vier Pfändchen-Palette macht das keinen Sinn. Aber wenn da eh schon 17 Pfändchen drin sind, dann kannst du eins auch dafür opfern, für den Lidschatten-Primer. Der hat so einen leichten Schein mit drin, glaube ich. Aber wir geben uns jetzt einfach mal einen Schimmer aufs bewegliche Lid. Ich nehme mir einen flachen Pinsel und gehe erstmal in diese Farbe hier und mische die so ein bisschen zusammen. Und platziere die mir erstmal grob auf die Crease. Und dann kann ich erstmal schon mal sehen, wie das Ganze hält. Tatsächlich hält das sehr, 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 sehr gut auf der Sticky Base. Und hat auch... Oh ja. Von nahem sieht es noch schöner aus. Das hat, du merkst richtig, diesen Shift. Ich liebe ja diese Farben. Wartet's ab, Freunde. Ein paar Tage noch. Aber ihr habt damit einfach eine ganz, ganz andere Dimension als so ein klassischer Schimmer. Ich bin jetzt nochmal in einen anderen gegangen, in diesen hier. Der ist ein bisschen dunkler, einfach für den Übergang. Und außen gehe ich in den Schimmer hier, um das so ein bisschen reinzublenden. Also die Concealer Base, top. Das ist jetzt natürlich... Wobei, ich will es gar nicht verkleinern. Das ist schon eine echt krasse Textur. Vorne gehe ich noch ein bisschen in diesen goldenen Schimmerton, einfach um es ein bisschen aufzuwärmen. Und wahnsinnig schöne Schimmertöne. Es gab in der Kollektion auch noch einen Glitterliner. Ich probiere jetzt mal, ob der darauf überhaupt noch geht. Ansonsten kann man den natürlich auch einzeln tragen. Ich swatch ihn euch aber mal ganz kurz. Der hat eine recht feine Spitze. Und ist extrem haltend. Also ich habe, als ich Auto gefahren... Oder kurz bevor ich Auto gefahren bin... Ich habe ihn einmal geswatcht, um zu schauen, wie lange er hält. Und wenn der angetrocknet ist, dann kriegst du den nicht weg. Also auch nicht mit den Drops. Der ist wirklich, wirklich fest. Das heißt, wir schauen mal, ob wir damit überhaupt noch rübergehen können. Okay, siehst du nichts. Aber damit kann man mit Sicherheit die Cutcrease noch so ein bisschen intensivieren. Oh ja. Ist er trocken? Ja. Den kriegst du nicht weg. Also da kannst du schon was mitmachen. Oder als Lip Liner. Ich lasse den mal kurz ein bisschen antrocknen. Mach meinen unteren Wimpern Kranz und Lashes und bin gleich wieder da. Ich möchte nichts sagen. Aber was ich sagen möchte ist, dass ich glaube, dass das die Bestie Palette von Rivaldi Loup ist, die sie jemals rausgebracht haben. Ich habe gerade noch mal so ein bisschen darüber nachgedacht, was das eigentlich heißt. Wenn die günstigste Marke in der Drogerie so eine Palette für den Preis raushauen kann. Die meiner Meinung nach schon im Verhältnis mit dem Original mithalten können. Du kannst natürlich nicht sagen, okay, du hast jetzt dieselben Inhaltsstoffe. Du hast jetzt nicht das gleiche Ergebnis. Aber du hast Lidschatten, die für den Preis wahnsinnig pigmentiert und hochwertig sind. Und einen hochwertigen Look auf die Augen erzeugen. Und vielleicht schaffe ich es wirklich die Tage noch mal so einen wirklichen Vergleich mitzumachen. Falls ihr euch aber für die Huda Beauty Palette interessiert. Und es euch einfach zu teuer ist. Dann probiert die mal aus. Weil ich glaube, dass die für den Preis ist eine gute Palette. Und ihr habt da halt auch nicht nur die Standardfarben, sondern das Ganze geht eher in die romantische Richtung. Das Ganze ging gut. Ihr habt verschiedene Texturen. Auch der Highlighter und die Drops waren gut. Der Eyeliner, okay, ich habe mir jetzt noch ein bisschen Gloss rübergegeben. Dann sieht das schon stimmig aus. Was sagt ihr? Wie findet ihr die Palette und wie findet ihr diese Kollektion? Ich bin tatsächlich begeistert und kann sagen, war ein Volltreffer. Ihr Süßen, wir sehen uns am Freitag hier wieder. Passt auf euch auf.